So, das ist der Drehmomentschlüssel. Der ist wirklich ganz sauber verarbeitet. Hochglanzverchromt hier. Gut, fangen wir oben an. Der hat den Umschalthebel gemacht und keine Feinverzahnung. Reicht aber mal für uns allemal. So, wie ist das hier hinten gemacht? Der hat hier die Skala, das muss man so ein bisschen üben mit dem Ablesen. Dann kriegt man das aber auch gut hin. Genau, Newtonmeter und dann diese KPSI. Brauchen wir ja nicht. Wir haben hier Newtonmeter. So, wie stellt man das Ganze ein? Hier hinten kann man das festdrehen, dann bewegt er sich nicht mehr oder man löst das, dann ist das einstellbar. So, dann ist das Ganze einstellbar. Und dann kann man hier an der Skala ablesen, wie viel Newtonmeter man hat. So, und dann wieder festdrehen und dann tut sich da auch nichts mehr. Genau, vorne hat man 19, 17 und 21er Nüsse. Das sind die Standarddinger fürs Auto. So, kann man direkt drauf tun. Hier hinten, das ist gut gemacht. Also mit Sicherung, zack. So, und zum Lösen das Gleiche wieder. Und es ist auch noch eine kleine Verlängerung dabei, auch angenehm. Die rastet aber nicht so schön ein. Was soll das denn? Oh doch, passt schon. Ich dachte gerade, aber das ist okay. Genau, kleine Verlängerung, zack. Ja, also da kann man nicht meckern von dem Teil. Das ist sauber verarbeitet. Ich habe es mal mit meinem, von einem Markenhersteller gegengetestet. Da komme ich, ja, knackt er beim selben Drehmoment. Von daher will ich da nicht meckern. Der ist gut. Und dann kommen wir da nicht mehr. Da haben wir ja, wie in der Nähe des Republicanenる Machen wird. Oder wo serviệdo você wird. Aber wir haben gesião 28e undっep Und Aufgabe gibt es ein paar Jahre.